hallo meine mummies willkommen zurück zum 28 part von gott of war so ich würde sagen weiter geht's irgendwo können wir die hässliche schabracke hinschmeißen das sind wir nicht hier wo wir gerade auf dem boden das symbol hatten genau ich würde sagen hier legen wir die erstmal ab das ist eine gute idee das hat eine schlechte idee ich weiß nicht erst mal zu gucken was dieses wenn ihr auf jeden fall die seite hier anzünden erst mal weg hier aber einen weiteren kirch da kommt wasser da kommt wasser da muss wasser rein dann geht es sofort weg mein team auch so und ich glaube da müssen wir die reinschmeißen kann das sein probieren es einfach gut ich kann mir auch wirklich nicht mit ihr hoch ich kann ja auch wirklich nicht springen immerhin das haben wir das haben wenn den auf jeden fall wieder mitnehmen muss ja einen sinn haben dass wir dem mitnehmen können ja genau nämlich hier auch wieder wasser reinfüllen dann war das voll und dann können wir selber wenn wir die da das aber noch eine kiste ich habe gesagt da ist so eine kiste so ein mist wie kommen wir zu dieser kiste ich möchte diese kiste nicht da liegen lassen war wo wir da oben waren da hätten wir da runter springen können das bleibt noch ein paar sekunden an oder nicht dann geht das jetzt sofort weg komm mach hin da will ich jetzt gar nicht rein meine güte meint ihr habt mich jetzt gesehen nein verdammt ja komm guck nicht so blöd noch mal dahin einen wollen wir jetzt gar nicht machen wir sind es eigentlich nur um die kiste wunderbar let's go ich will nur diese kiste jetzt erstmal haben so sehr schön kann ich hier gar nicht runterspringen doch jetzt können wir ne können wir gar nicht runterspringen was hat denn für ein quatsch ja ey wie doof ist das denn gemacht so kann ich hier nicht runterspringen ach meine homies ey ist das ein kacke ey das ist ja mal richtig blöd gemacht wir können nicht da runterspringen es war lächerlich absolut lächerlich er trägt mich aber jetzt ein bisschen auf meine güte jetzt müssen wir diese scheiß kiste da liegen lassen oder was boah ey das ist doch nicht normal sowas ey das ist doch kacke man 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 wenn ich jetzt scheiße ja süß ja süß ja süß ja süß ja süß Mann, ich will diese Kiste haben. Vielleicht stelle ich mich auch gerade einfach zu doof an. Und wir kommen da eigentlich locker dran. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon. Wer weiß das schon. Mann, 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 ey. Ja, du hästliche Bracke, ey. Leg mich jetzt voll auf mit dieser verkackten Kiste da. Sobald ich da weg bin, sind wir hier weg. Ist das hier down. Dass der da nicht runterspringt, das ist der Hammer. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch 17 Parts. Dann machen wir das Spiel aus. Und dann lassen wir das sein, für immer. Dann werde ich das nie wieder anmachen. Ist hier so ein Quatsch? Warum ist hier so ein Quatsch? Sagt mir das mal. Ich könnte da immer diese kackische Bracke da reinschmeißen. Wieso passiert hier nichts? Wieso kommt hier kein Wasser? Hier ist ja Wasser drin. Brauchen wir nichts mehr machen. Hoppla. das geil ist das ist so kann man nicht sagen ob wir die Schäbige nicht da rüberschmeißen können ist da was ich meine müssen die da reinkriegen warum kriege ich die nicht da rein das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht stell mich grad einfach nur zu blöd an peinliche Sache Mann 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 meine lieben Homies ich mach jetzt erstmal hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich an Ross und dann Lost und dann wir so Untertitelung des ZDF, 2020